Und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ach, wir können mit dem sprechen. Na, machen wir das doch einfach mal. Hallo, Zach. Was ist denn, Max? Es ist wunderschön, dich ohne deine Kamera zu sehen. Ich nehme immer Bilder mit meinen Augen. Ich glaube. Als ob du nicht mit allen über all diesen Scheiß mit dem Sex in Viktoria gesprochen hast. Es ist vorbei, ich werde nicht. Ich werde nicht. Das ist, was Viktoria wollte. Ja, ich weiß, dass sie sich selbst seine eigene Drama aufbauen kann. Selbst wenn sie sie überrascht. Weitere. Sie muss nicht, aber das ist das, was ich überhaupt nicht bekomme. Wenn sie heiß, rück, talentiert, was mehr braucht sie? Insofern, wir sehen uns auf dem Spiel, Max. Ja, und der hat ne ziemlich, ähm, ja, alte Stimme. Also von dem, ne? Passt nicht so ganz dem, finde ich, aber ist ja ganz nett. So, wen haben wir hier? Serious. Das ist sehr, okay, wir sprechen mal mit dir. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a vortex club soiree. Really? Oh, like you care. I do, I don't. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A vortex club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Hey Courtney. Ciao, Max. Really? Oh, like you care. Dress code. I'm sure the vortex club has a dress code. As you can see, I wouldn't need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you know this Thai fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list and before the party I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you party info later. Back to the list. Oh, hello, Max. I hope this isn't about the alleged gun incident. Take to Nathan. No. I talked, talked to Nathan. Surveillance. Surveillance. Missile Kate. Mr. Madsen already treat everybody here like they're under surveillance. Wait, wait. Do you see a pattern here, Max? Probably not the same one you see. It's very easy for you to instantly accuse people of doing terrible things. Nathan, Mr. Madsen, who's next? Now, if you'll excuse me, I have a meeting. Excuse me, Mr. Madsen? Ich weiß, dass Dinge in Chloes' Wohnung ein bisschen warm waren. War das wirklich dein Riefer? Nein, es gehörte zu einem Freund von mir. Bist du mich jetzt jetzt, Mr. Manson? Selbst ich bin nicht so großartig. Und ich bin sorry über gestern. Ich war falsch, aber schrecklich. Cannabis ist für dich nicht ein großes Problem. Aber es ist für Chloes. Du bist ein Kombat-Veterin. Sie ist kein Kreativ zu dir. Wenn ich nicht überrascht hätte, würde ich überhaupt nicht überrascht hätte. Als ich ihre Jahre alt war, habe ich viel mehr Hell. Sie ist besser als das. All die Kinder sind. So ist Kate Marsh. Du drehst Kate Batsch. Was über Kate? Was über Kate? Du stehst zwischen uns in einem ziemlich schlechten Zeit. Sie ist eine andere Sache. Kate hat nichts falsch gemacht. Max, das ist nicht nur für Kate Marsh. Meine Frage ist für die Sicherheit von all Blackwell-Studien. Including dich. Das dauert mehr als die Verteilung, Kameras. Das dauert mehr als die Frau Grant und ihre Petition zu finden. Das ist nicht deine Aufgabe als Herr von Sicherheit? Unless du wissen etwas über Rachel Amber, das niemand mehr macht. Ich will nicht mehr mit dir kämpfen. Ich will nicht mehr mit jemandem kämpfen. Das ist alles, Max. Ich habe noch Zeit. Ich könnte Warren in dem Labor sehen, zu sehen. Die Frau Grant ist so cool und smart. Sie definiert das Wort Lehrer. Bring mir das Gehirn, Igor. Hey, Warren. Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful, yet confused. Maxwell Silverhammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. You have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Ach du scheiße, ja. Ich habe eine Vision. Go. Die. 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 Willst du mich um Hilfe fragen? Ich muss das auch ein bisschen... Hi, Miss Grant. Wunderbar, ich dachte nur über dich, Max. Danke, dass du hier ein Stand gegen die Kamerasververwaltung genommen hast. Alle Signature gilt. Miss Grant, kann ich dir eine möglicherweise dumme Wissenschaftsfrage fragen? Du kennst meinen Stockteacher. Es gibt keine dumme Fragen, frag dich. Ich würde gerne mal, was du in der nächsten Woche? Wunderbar, wenn du in der nächsten Woche hast. Wunderbar, wenn du eine Füße mit dem Schleuchstern hast. Keine. Wenn du in der nächsten Woche hast, würde ich eine Schleuchstelle. Ich bin nur über alle die Autumn Fotos, die ich möchte. Oh, das ist mein Lieblingsgeschehen. Ich liebe das ganze Zeit, die Jahrhunderts. Ich liebe das ganze Zeit. Das ganze Campus ist ein visualer Verwalt. Ich weiß, dass ich hierher von hierherfühlen. Ich weiß, dass Herr Jefferson liebt. You know, Mr. Jefferson, you like photography. Snow? I can't wait. Petition by... ...the cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we still will. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max, we'll talk again. Real soon. Okay, so heißt, wir hätten dem jetzt noch was anderes raten können, und zwar das, was sie uns gerade gesagt hat. Das wusste ich natürlich nicht. Ähm... Yes, I am a scientist, fuck. Yes, I am a scientist, fuck. Fuck. Das heißt, wir... Hm, okay. Ne, warte, das will ich... Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Hör auf, hör auf! Na gut, dann halt. Hm. Verdammt. Ja, das hätte ich natürlich mal vorher wissen sollen. Verdammt. Hey, Warren. Hast du das ganze Gespräch mit dem Typ gleich nochmal machen? So. So. Wrong, Warren. Du musst Chlorine addieren. Nicht Potassium, oder Sodium. Chlorine? Hm, ich hab das nicht gedacht. Ich kann nicht mit einem glaubten Wissenschaftler sprechen. Lass es versuchen! Eureka! Sie hat es geschafft. Nein, du hast es geschafft. Don't be so modest. Dr. Caulfield. Oh, ihr habt wirklich die Bounds der Wissenschaft verbrochen. Sehr gut. Ja Mensch, dann haben wir das Vorzu doch noch gekriegt. Mussten wir zwar genug... Das war lustig, Warren zu helfen. Er ist ziemlich süß, wenn er in vollem Geek-Mode ist. Ähm... Mussten wir zwar genug Abstriche machen, aber okay. Sehr schön. Gut. Dann, äh, Skeletons haben wir hier noch. Ich weiß nicht, warum sie nicht reale Skeletons benutzen. Warum? Also, du kannst mir nicht helfen? Ich versuche. Aber du musst meine Position verstehen. Warum? Was ist hier passiert? Das würde ich gerne mal mitkriegen. Stopp acting so brittle. Being on a viral video does that. Maybe this is your way of getting attention. That's really mean, Mr. Jefferson. You just don't get it. Just leave me alone. You have to talk to me, Kate. So you can't help me? Ich versuche. Aber du musst meine Position verstehen. Warum? Du verstehst mich nicht. Herr Jefferson. Ich bin nur interessiert, wenn du keine Fotos verwenden. Aber du kennst das. Also, was kann ich für dich machen, Max? Nur zwischen dir und ich? Ich bin über Kate Marsh. Das ist kein Geheimnis. David Madsen. David Madsen. Nevermind. Ich bin nur aufgeregt. Du hast mich nicht gut genug. Ich bin nur aufgeregt. Aber du bist nicht mehr aufgeregt. Ich bin nur aufgeregt. Du hast immer den Schuss. Das ist mein Nummer 1-Photografen. Und Max? Ich versuchte, dass diese Sache durch die Fakulte diskutiert wird. Ich glaube, dass ihr über dieses viralen Video wisst. Jeder weiß, Kate ist verrückt. Jeder weiß. Das ist, warum ich dich zu sehen wollte. Kate ist täglich verurteilt worden. Was hat Kate das an sich selbst gebracht? Sie bedeutet gut, aber vielleicht wird sie zu viel protestieren. Sie scheint, dass sie die Wahrheit zurückhält. Hast du mit ihr gesprochen? Ja, haben wir doch. Ja, ich habe sie heute mit dem Telefon gesprochen. Sie braucht Freunde und Unterstützung. Ich will nur nicht Kate Marsh sein, die nächste Rachel Amber zu werden. Rachel Amber? Was muss sie mit Kate machen? Mit all ihren Missing Persons-Posteren herum ist es schwierig, nicht zu denken. Ich liebe Rachel auch. Aber denk auf dich, Max. Prinz Welles hat mir gesagt, was du gesagt hast, was in der Wohnung passiert. Nathan Prescott. Das war private. Ähm... Ja, nehmen wir es mal nicht so eng. Es ist passiert. Nathan Prescott hatte eine Schraube in der Mädchenbücher gestern. Das ist eine sehr wichtige Begründung, Max. Also, du glaubst mir nicht? Ich würde nie etwas wie das machen. Ich hoffe so, Max. Aber es ist leicht, die Fingern festzuhalten. Wenn Herr Madsen sagt, dass du ein Pott-Dealer bist, sollte ich ihn glauben. Hör, soll ich... Entschuldigung, Madsen. Hallo? Ja? Ähm... Hör auf. Ich muss das nehmen. Also, geh in die Klasse und ich werde bald da sein. Hör auf. Na gut. Na gut. Können wir ihm noch zuhören? Aha. Lass mich hier rein. Nein, schade. Na gut, okay. Dann müssen wir wohl wieder in die Klasse. Ich habe eine Klasse, die ich教ere muss. Ich muss gehen. Wer ist... Achso. Ich dachte, das wäre irgendeine andere Lehrerin. Ähm... Können wir noch mit der reden, oder? Ne. Am... Können wir mit anderen hier noch reden? Mit dem können wir reden. Mit dir können wir... Foto können wir auch machen. Machen wir mal einfach ein Foto direkt. Kann man ja mal machen von irgendwelchen anderen Leuten. Ich mein... Ja, scheint die auch nicht zu interessieren. Resolution Revolution. So heißt das Archivment. Und so sieht das Foto aus. Das ist das rechts da. Ähm... Und ich würde fast sagen, wir können an dieser Stelle mal Ende machen für heute. Deswegen sehen wir uns wieder in einem neuen Part von Life is Strange.